Die sind hier so fällig, ey. In den USA. Wir sind immer noch in Texas. Oh, ich hab Geburtstag. Oh, ich hab Geburtstag. SeaWorld San Antonio. Oh nein, wir können in den SeaWorld gehen. Oh, wir gehen. Dann sind wir vielleicht noch guter Dinge, dass das Ding heute noch mal aufmachen könnte. Lassen wir so mal ein bisschen fummele. Oh, ich hab ein bisschen fummele.